So, 3 zu 1. Willkommen zurück zu Farmers Tinos. Ich bin gerade im Haus und putze die Wände hier. Erstmal raub uns drauf. Erstmal die alten Tapeten verschwinden. Wir sind zwar extrem selten in unserem Haus, aber wir können trotzdem mal ein wenig das Haus verschönern. Jetzt weiter. Das ist die Zwischendecke gewesen. Unser Fernsehzimmer. Unser Material ist aller. Feinputzen nochmal, bitte. Wir können hier an die Decke noch Feinputzen machen. Hier noch. So, also wenn das nicht mal top modern aussieht, dann weiß ich auch nicht. So, das Schlafzimmer wäre fertig. Jetzt machen wir hier überall Feinputzen dran. So, und weiter geht's. Raubputz mit Feinputz verbessern. Decke auch noch. Hier ist immer noch was. Stehen wir gerade für uns auf. Nein. Nein, sagt nicht. Es hat nicht gereicht. Raubputz und Feinputz brauchen wir. So, da habe ich hier noch Keram-Dach. Ja. Ja, das könnten wir vielleicht auch noch oben drauf zimmern. Ich hoffe, das sind jetzt die gleichen Dachsiegel. Schindeln mit Keram. Da. Das sieht gar nicht so gut aus. Aber Schornstein sehe ich. Die haben uns hier auch noch erneuert. So. Ich bin auch noch oben fertig. Jetzt machen wir erstmal oben fertig. Dann geben wir uns immer noch einen... ...kleinem... ...dach an. Ja. So. 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 Bitte, bitte, bitte. Bitte. so das ist komplett 28 stück leicht beton fangen wir an machen wir erstmal hier die Front tut sich nichts so schau mal hier oben ok ich glaube das war wieder mal unser letzter Ziegelstein was haben wir jetzt noch Metallplatten und Farming so Boden Boden nix 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 gut dann lassen wir das mal schauen wir mal nach Aufträgen flüge das Feld nein erster Auftrag den wir schon mal kategorisch ablehnen äh ablehnen repariere das Gebäude können wir machen und dumm was wir erstmal zur Tor öffnen müssen die Karre sieht schmutzig aus wie Sau oh so ich bin mir ziemlich sicher der Weg ist ungünstig gewählt aber aber was solls passieren ah Tempo verloren wilde Zäune äh scheiß Dreck ok wir sind hinter der Kirche und so ja was so so schauen wir die Leute die hier sich permanent vor der Kirche treffen Gott hi David guten Tag hm hm also los äh paar landwirtschaftliche Tipps nein ich bin auf der Suche nach Arbeit ich bin auf der Suche nach Arbeit haben sie was für mich ein Gebäude auf meinem Hof benötigt etwas von Pflege was meinst du ja wo kriegen wir hin 320 hört sich gut an ich kümmere mich drum was solls machen wir doch man wie weit ist es denn entfernt 100 Meter weiter das ist jetzt wohl grad ist falsche Gebäude oder ich glaube ich kann zurück gehen alles fertig das ist immer so ein Gebäude wo wir nichts machen können so ähnlich wie danke hier ist etwas für dich aber wenn ich die Kirche sehe wie viel Gerüste muss ich da bauen wenn ich da überall herankommen will boah so jetzt schauen wir mal repariere Gebäude nächste Mission das wäre hinter uns das wäre hinter uns das wäre hinter uns da 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 sind wir in wenigen von der Strasse ab gekommen da gibt es ein neuer Traktor na gut können wir uns nicht leisten aber geil wärs neuer Traktor okay fahren wir doch schnell ins Baumarkt vorbei na auf dem Weg dann auf dem Weg zum Feind muss ich einpacken und ja dann muss man weitersehen da 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 Und hinterdrück. Ich glaube, hier war es schon ein I. Wie sieht es denn bei euch aus? Na gut, äh, hallo, Brennen. Lasst uns reden. Guten Tag. Hi. Schönes Wetter, nicht wahr? Schönes Wetter, nicht wahr? Das ist es. So, äh, ich glaube, diese Politiker, was denken die sich? Ja, genau, was sagt das? Nein, fang bloß nicht an, mich damit zu belästigen. Ja, richtig. Ich habe es gleich gesagt. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Ein Gebäude auf meinem Hof benötigt etwas Pflege. Was meinst du? Easy. Hm, 440 kommt da drauf. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Und zusätzlich bringe mich meine Kopfschmerzen auf. Nein, ist der Gebäude. Was? Hat er noch eine halbe Stunde länger am Bett bleiben können? Das war noch nicht nicht. Oh, wie hat er denn alles aus Metall gebaut? Geht das auch? Was ist das von Stall? Jetzt muss ich hier reinkommen. Soll das ein Kuhstall sein? Du wirst hungrig. Dann falten wir uns 1, 2, 3, 4 Eier rein. Sieht ganz nach Milchanlage aus. Wo ist das? Was hat denn Was hat denn der vom Monster Stall hier? Äh... Hekt? Tiere? Das ist eine ganz andere Konstruktion von Stall als meine. Das ist eher ein Gewächshaus aus Stahl für Kühe. Mein Gustav hat jetzt noch die zweite Etage wo ich heuer zum Traum liefern kann äh... lagern kann ... ... ... ... So, war's das jetzt? Nein, nehmen wir es doch mal. so alles fertig das sieht so neuwertig aus 12 23 6 23 4 5 6 7 8 10 11 12 20 Kühe Ende erstmal für diese Folge Tschüss und Tschau Bis zum nächsten Mal Bye Bye